Konstantin der Große, 280 bis 337 n. Chr. Schweißgebadet wacht der Kaiser auf. Es ist die Nacht vor der großen Schlacht. Und schon wieder dieser seltsame Traum. Jagende Wolken und Feuer bedecken den Himmel. Dann taucht aus dem Nichts ein riesiges Kreuz auf, beschrieben mit den Worten, die er in seinen Träumen schon so oft gelesen hat. In hoc signo vincis. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das Christus-Monogramm. Der römische Kaiser lässt das Zeichen auf seinen Standarten anbringen und ist siegreich. Das ist das Ende der grausamen Christenverfolgung. Konstantin, mit vollem Namen Flavius Valerius Konstantinus, wird um 280 als Sohn von Konstantius Chlorus und dessen Ehefrau Helena, der Tochter eines Gastwirts, in Illyrien, dem heutigen Serbien, geboren. Über seine Jugend ist nur so viel bekannt, dass er am Hof bei Kaiser Diokletian in Nicomedia, dem heutigen Ismit in der Türkei, erzogen wird. Zu jener Zeit wird das römische Imperium in einer Viererherrschaft, der sogenannten Tetrarchie, regiert. Neben zwei Kaisern, die den Ehrentitel Augustus tragen, gibt es zwei Unterregenten, die Cäsar genannt werden. 293 wird Konstantins Vater zum Cäsar ernannt und ist damit einer der wichtigsten vier Männer im römischen Reich. Um sich in der Kriegskunst zu üben, begleitet der junge Konstantin Kaiser Galerius, der zusammen mit Kaiser Diokletian die Viererherrschaft anführt, in einen Kampf an der Donau. 305 gelingt es ihm, seinen Vater in England aufzusuchen, wo er sich auf dessen Feldzug gegen die Pikten und Schotten so tapfer verhält, dass er nach dessen Tod von den Truppen zum Augustus, also zum Hauptkaiser, ausgerufen wird. Doch Konstantin begnügt sich mit dem Cäsarentitel, den ihm Kaiser Galerius verleiht. 307 lässt sich Konstantin von der Mutter seines Sohnes Crispus scheiden und heiratet Fausta, die Tochter des zurückgetretenen Kaisers Maximian. Als Cäsar regiert er die Provinzen Gallien und Britannien. Im Jahr 310 lässt Konstantin seinen Schwiegervater Maximian, der gegen ihn intrigiert, umbringen und erobert kurz darauf Spanien. Nach dem Tod des Kaisers Galerius muss er sich außerdem mit seinem Schwager Maxentius auseinandersetzen, der enorme Machtbesessenheit an den Tag legt. Im Kampf um die Oberherrschaft im Römischen Reich erringt Konstantin im Jahr 312 an der Milvischen Brücke in Rom einen Sieg über seinen Schwager. Ein Triumph, der weitreichende Folgen hat. Der Legende nach erscheint ihm schon in Gallien und wiederholt in Rom im Traum das Christus-Monogramm Inri, begleitet von den Worten In hoc signo vinces, in diesem Zeichen wirst du siegen. Daraufhin lässt Konstantin das Monogramm auf die Feldzeichen schreiben und siegt tatsächlich. Konstantin beginnt danach mit den ersten Begünstigungen der Christen, zum Beispiel durch Schenkung des Lateranpalastes an den römischen Bischof. 313 trifft Konstantin mit Licinius, dem Kaiser des Ostens, zusammen. Beide verabschieden das Toleranzedikt von Mailand, das das Christentum den anderen Religionen gleichstellt und somit den Christen im ganzen Reich freie Ausübung ihrer Religion zusichert. Staatsreligion ist das Christentum damit aber nicht. Dies geschieht erst unter Theodosius dem Ersten. Konstantin, der bereits früh zum Monotheismus neigte, also zum Glauben an nur einen Gott und das Christentum bereits seit seiner Jugend kennt, begünstigt die Christen in der Folgezeit jedoch immer mehr. Allerdings lässt sich daraus nicht zuverlässig ableiten, ob und wie weit er sich selbst mit dem Glauben identifiziert hat. Er bekennt sich nicht direkt und anfangs schon gar nicht öffentlich zum Christentum. Auf dem Triumphbogen, der seinen Sieg an der Milvischen Brücke feiert, fehlen zwar die sonst üblichen heidnischen Opfer, aber ebenso alle christlichen Symbole. Abgebildet sind dagegen die Siegesgöttin Viktoria und der römische Sonnengott. Bereits 316 gewinnt er im Streit mit Licinius Illyrien ein weiterer wichtiger Erfolg. Doch 320 beginnt sein Schwager Maxentius erneut die Christen zu verfolgen. Konstantin besiegt daraufhin seinen Mitkaiser und lässt ihn kurz darauf, trotz der Fürsprache von dessen Frau, hinrichten. Im selben Jahr ernennt Konstantin seine Mutter Helena und seine Frau Fausta zu Kaiserinnen. Als Alleinherrscher fördert er nun zunehmend das Christentum und lässt viele Kirchen bauen. So gehen auf ihn die Gründung der früheren Peterskirche in Rom, der Grabeskirche in Jerusalem, der Geburtskirche in Bethlehem, der nicht erhaltenen Sophienkirche in Trier sowie der Urbau der Apostelkirche in Konstantinopel zurück. Am 3. Juli 321 wird erstmals der Sonntag der Dies Venerabilis Solis als gesetzlicher wöchentlicher Feiertag festgelegt. Und die Bischöfe erhalten richterliche Befugnisse. Vier Jahre später wird das Christentum der römischen Religion gleichgestellt. Eingezogener Besitz wird den Christen zurückerstattet. Im selben Jahr beruft Konstantin das Konzil von Nicea ein, das wesentliche Weichenstellungen für das Christentum bringt. Sein ehemals innig verehrter Sonnengott Sol Invictus, also der Unbesiegbare, muss dem Gott der Christen weichen. Konstantin verlegt seinen Regierungssitz in den Osten, in die alte griechische Stadt Byzans, das heutige Istanbul. Prächtig ausgebaut wird er 330 feierlich eingeweiht. Die neue Hauptstadt wird erst offiziell als Neu-Rom bezeichnet, aber bald Konstantinopel genannt. Das alte Rom, schon seit Jahrzehnten nur noch pro forma Hauptstadt, verliert damit weiter an Bedeutung. Aus politischer Sicht ist Konstantins Entscheidung nachvollziehbar. Die strategische Lage der neuen Hauptstadt ist ungleich besser. Sie liegt an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt und ist von der gefährdeten Donaugrenze im Norden und der Ostgrenze etwa gleich weit entfernt. Zudem ist sie besser geschützt und liegt, aus wirtschaftlicher Sicht gesehen, im weitaus wichtigeren Teil des Reiches, im Osten. 326 kommt es zu einer privaten Tragödie. Konstantin tötet seinen ältesten Sohn Crispus und kurz darauf seine Frau Fausta. Die Erklärungen dafür variieren. Nach einer Geschichte soll Fausta Crispus beschuldigt haben, ihr nachzustellen, worauf Konstantin seinen Sohn tötet. Als er dann feststellt, dass die Anklage falsch war, bringt er auch die Urheberin der Intrige, seine eigene Ehefrau, um. Im Nachhinein bereut er den Vorfall sehr und hält seine Taten für eine Todsünde. Im Osten sind zu dieser Zeit die Christen zahlreicher als in Rom. So kann Konstantin sich in den letzten 14 Jahren seiner Regierung leichter offen als Christ bezeichnen. Seine Protektion der Christen löst sogar zahlreiche Bekehrungen bei Hofe aus. 325 beruft der Inizäer das erste ökumenische Konzil ein. Grund hierfür ist ein Streit der Christen um die Dreieinigkeit Gottes. Während ein Großteil der Christen glaubt, dass Jesus Christus als Gottes Sohn seinem Vater wesensgleich ist, vertritt der Theologe Arius die Ansicht, dass ein Mensch mit Gott nicht wesensgleich sein kann. Konstantin bringt als Kompromissvorschlag ein, dass eine Wesensähnlichkeit zwischen Vater und Sohn bestehe. Doch das Konzil lehnt diesen Vorschlag ab und entscheidet sich mit dem Bekenntnis von Nicea klar gegen Arius. Konstantin, der weniger theologische als politische Ziele verfolgt, schickt Arius in der Hoffnung auf eine Konsolidierung des Reiches in die Verbannung. Der Streit um Arius ist dadurch jedoch nicht beigelegt. Unter dem Einfluß seiner Schwester Konstantia, des Hofbischofs, und seines Biografen Eusebius von Caesarea wechselt Konstantin die Seiten und lässt Arius aus der Verbannung zurückrufen. Anschließend folgt laut Überlieferung ein Ereignis, das so allerdings wohl nie stattgefunden hat. Die sogenannte Konstantinische Schenkung, nach der er von Papst Silvester getauft wird und diesem bzw. der katholischen Kirche zahlreiche materielle und immaterielle Privilegien zuspricht. Bereits im 10. Jahrhundert für eine Fälschung gehalten, wird diese Überlieferung im 15. Jahrhundert endgültig widerlegt. Im Jahr 332 schlägt Konstantin die Goten und sichert die Donaugrenze ab. Konstantin treibt auch sonst zahlreiche Maßnahmen zur Stabilisierung seiner Grenzen voran. Die schon vorher eingeleitete Heeresreform wird unter ihm abgeschlossen. So gibt es von nun an ein regelrechtes Bewegungsheer und ein Grenzheer. Auch das Amt des Heermeisters wird von Konstantin geschaffen, ebenso etliche neue Hofämter. Im Inneren hält Konstantin jedoch am Kurs seines Lehrmeisters Diokletian fest, nämlich an der sakralen Stellung des Kaisertums und der Bindung der Bauern an ihr Land. Kurz vor Beginn eines Feldzugs gegen die Sassaniden erkrankt Konstantin schwer und stirbt bald darauf am Pfingstfest 337 bei Nicomedia. Wie es damals üblich ist, hatte sich Konstantin erst kurz vor seinem Tod von einem Bischof taufen lassen. Seine drei Söhne, Konstantin II., Konstantius und Konstanz, hatte er schon früh zu Cäsaren ernannt. Diesen Titel erhielt 335 auch sein Neffe Dalmatius. Bestattet wird Konstantin in der Apostelkirche in Konstantinopel. Bei der Eroberung durch die Türken 1453 verschwinden seine Reliquien und tauchen nie wieder auf. Nach dem Tod Konstantins kommt es zu einem Blutbad innerhalb der Familie. Unter seinen Söhnen herrscht Bruderkrieg. Als bedeutende Gestalt in einer entscheidenden Epoche der Geschichte ist Konstantin später sowohl von der Kirche als auch von Kirchengegnern instrumentalisiert worden, um unterschiedliche Sichtweisen zu begründen. Dabei wurden jedoch von beiden Seiten Argumente aufgeführt, die bis heute historisch nicht belegbar sind. Unklar ist beispielsweise, was Konstantin unter Christentum verstand. War er persönlich gläubiger Christ und seit wann? Auf welcher theologischen Seite stand er? Oder war er gleichgültig gegenüber beiden theologischen Richtungen? Sein Biograf Eusebius war ihm sehr dankbar für das Ende der Christenverfolgungen, die er selbst erlebt hatte, und schildert ihn als sehr heiligen Christen. Nach dem erwähnten Triumphbogen an der Milvischen Brücke und auch nach späteren Münzen ist er jedoch kein reiner Christ. Es gibt einige Hinweise auf den ebenfalls monotheistischen Mithras-Kult, dem er angehört haben könnte. Jedenfalls zeigte er sein Christentum im überwiegend heidnischen Westen nicht offen. Im mehrheitlich christlichen Osten stellte er sich als Christ dar und bezeichnete sich als Isapostolos, als den Aposteln gleich. In beiden Fällen bleibt offen, was berechnende Politik und was Ausdruck wahren Glaubens war. Daneben gibt es aber auch Hinweise, dass er sich ganz traditionell als Gott-Kaiser gesehen hat, wobei durchaus denkbar ist, dass er sich trotzdem als Christ fühlte und sich einfach nicht so sehr um theologische Feinheiten kümmerte. Fraglos ist die Hinwendung zum Christentum bei Konstantin, anders als bei seiner Mutter Helena, weniger durch Bekehrung und durch Glaubenstiefe begründet, vielmehr steht wohl die Überlegung im Vordergrund, mit der Anerkennung des damals schon weit verbreiteten und sich durchaus resistent zeigenden Christentums wieder einen einheitlichen ideologischen Überbau zu schaffen. Seine Handlungen waren allesamt vom Ziel geleitet, die Macht auszubauen. Alle Mitkaiser, selbst die eigene Frau, ließ er zu diesem Zweck ermorden. Trotz alledem hat die Entscheidung Konstantins für das Christentum die Geschichte der Kirche und Europas bis heute geprägt. Im Byzantinischen Reich war Konstantin das Ideal eines gerechten und starken Herrschers. In der orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt. Sein Fest wird am 21. Mai gefeiert. In der katholischen Kirche ist er zwar im Kalender aufgeführt, gilt aber nicht als Heiliger. Vermutlich wegen der Verlegung der Hauptstadt nach Konstantinopel. Rein politisch gesehen gilt er heute unumstritten als einer der Architekten des spätantiken römischen Staates und als der Wegbereiter für das Imperium Romanum Christianum. Attila, 395 bis 453 nach Christus. Sein offizieller Titel war Prinz und Herrscher der Schwarzen Bulgaren. Doch seine Feinde nannten ihn nur die Geißel Gottes. Mit seinen Hunden zog er wie ein böser Geist über Europa. Er unterwarf ganze Völker und versetzte die Menschen in Angst und Schrecken. Auf ihren Kriegszügen töteten die Hunden wahllos Frauen, Männer und Kinder. Die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben, war die Flucht. Sie alle haben kompakte, feste Glieder und einen breiten Nacken, beschreibt der römische Geschichtsschreiber Amjan, die Krieger aus der Steppe. Sie sind von so monströser und ungestalter Hässlichkeit, dass man sie für zweibeinige Bestien halten könnte. Doch wer waren Attila und seine Hunden wirklich? Und woher kamen sie? Die Herkunft der Hunden ist bis heute noch nicht eindeutig geklärt. Es gibt keine schriftlichen Quellen und die archäologischen Fundstücke, Waffen, Kleiderreste und Grabbeigaben lassen auf keine bestimmte Herkunft schließen. Alte chinesische Quellen berichten von Nomadenkriegern, die sie Xianghu nannten. Lange Zeit werden sie für die Vorfahren der Hunden gehalten. Doch die neueste Forschung sagt etwas anderes. Die Hunden können nicht in Verbindung mit den Völkern stehen, die im zweiten Jahrhundert vor Christus im Steppenraum nördlich des Chinesischen Reiches gelebt und gekämpft haben. Vielmehr sollen sie irgendwann vor dem Kaukasus aufgetaucht sein und sich um einen chinesischen Kern gruppiert haben. Ihr Zug nach Westen löste einen Flüchtlingsstrom aus, der später als große Völkerwanderung bezeichnet wird. Vor allem die schwachen Kaiser des geteilten Römerreiches fürchten die Steppenreiter aus dem Osten sehr, denn als die Hunden die Donau erreichen, hat das römische Reich seine Blütezeit schon hinter sich und die Soldaten haben Mühe, die Grenzen zu sichern. Deshalb versuchen die römischen Kaiser, sich die Hunden mit Goldzahlungen vom Leib zu halten. Besonders gefürchtet sind die Waffen der Hunden. Zunächst einmal das Schwert. Es ist im Nahkampf die wichtigste Waffe und wird von den Hunden meisterlich beherrscht. Schon die Kinder werden daran ausgebildet. Den Toten wird es sogar mit ins Grab gelegt. Auf diese Weise soll der Krieger auch über den Tod hinaus beschützt und die bösen Mächte sollen abgewehrt werden. Eine noch wirksamere Waffe ist der Reflexbogen. Seine Krümmung ist anders als bei einem normalen Bogen. Das Holzstück ist so bearbeitet, dass es seine Form auch bei Spannung beibehält. Durch kleine Knochenstücke, um die die Sehne gewickelt wird, entsteht eine Spannung, die selbst bei einem leichten Zug zu einer enormen Kraftentwicklung führt. Der Vorteil liegt klar auf der Hand. Der Krieger muss sich nicht mit weit auseinanderstehenden Beinen auf den Boden stellen, sondern kann vom Pferderücken ausschießen. Ein weiterer Vorteil der Hunden ist ihre Schnelligkeit, da sie durch die Jagd ständig in Übung sind. Dadurch sind sie auch im Reiten wahre Meister. Die schnellen, wendigen Pferde dienen aber auch als Milch- und Fleischquelle, eine nahezu perfekte Versorgung. Mit einem Satz, das Steppenvolk scheint unbesiegbar. Doch nun zum charismatischsten Führer der Hunden, Attila. Attila wird um 395 geboren und kommt mit etwa 15 Jahren als Geisel an den Königlichen Hof von Ravenna. Geiseln zwischen verschiedenen Völkern auszutauschen ist in jenen Tagen üblich. Man wählt hierfür die Söhne hochgeborener Adeliger. Sie werden an den Höfen fast wie eigene Söhne gehalten und wachsen oft auch zusammen mit den Sprösslingen des dortigen Königs auf. Sinn dieses Geisel-Austausches ist es, den Frieden abzusichern und plötzliche Angriffe auszuschließen, die zum Tode der Geisel hätten führen können. Im Austausch mit Attila hatten die Römer Aetius den fünf Jahre älteren Spross aus dem Kaisergeschlecht der Flavia den Hunnen übergeben. In Ravenna lernt Attila die Kultur und die Sprache der Römer kennen. Kurz vor dem Tod des hunnischen Großkönigs Ruga kommt Attila aus der Geiselhaft frei. Zusammen mit seinem Bruder Bleda tritt er die Nachfolge Rugas an. Da eine gemeinsame Herrschaft aber auch eine Teilung des Reiches bedeutet, tötet Attila seinen Bruder kurzerhand und übernimmt die Alleinherrschaft. Der neue Herrscher über das Hundenreich fordert von seinen Untertanen absolute Treue. Er will andere Völker erobern und das Reich der Hunnen vergrößern. Dies kann ihm nur gelingen, wenn seine Mannen bedingungslos zu ihm stehen. Dabei baut Attila vor allem auf zwei Dinge. Zum einen auf den alten Glauben der Hunnen. Zum anderen auf einen Personenkult, der auf ihm selbst beruht. Behilflich ist ihm dabei ein ganz besonderes Schwert, das einst in den Weiten der Steppe gefunden wurde. Angeblich gehörte es dem Kriegsgott Mars. Durch seine überirdische Herkunft verleiht es seinem Träger unbesiegbare Kräfte. Im Zuge seiner Eroberungen bekommt sein Reich immer mehr Zulauf von kriegs- und beutellustigen Kämpfern. Attilas Eroberungspolitik kennt bald keine Grenzen mehr. Kaum ein Ort ist vor seinen Überfällen und Plünderungen sicher. Auch befestigte Städte bieten keinen Schutz mehr vor ihm und seinen Horden. Attila setzt Katapulte, hohe Türme, Ramböcke und anderes Kriegswerkzeug ein, die es möglich machen, eine von Mauern umgebene Stadt einzunehmen. Allein im Jahr 447 erobert Attila über 60 befestigte Orte. Ein römischer Geschichtsschreiber berichtet darüber, Attila legte nahezu ganz Europa in Schutt und Asche. So reicht das Hunnische Reich im Jahr 448 n. Chr. vom Schwarzen Meer bis zum Mittelmeer. Attilas Königssitz liegt zwischen den Flüssen Donau und Theis im heutigen Ungarn. Der Palast ist ganz aus Holz gebaut und von starken Palisaden umgeben. Einzige Ausnahme ist ein Badehaus aus Stein im klassischen Stil als Zeichen der Nähe zum römischen Imperium. Im Inneren des Palastes wohnen hochrangige Militärs. Die einfachen Krieger leben vor den Toren. Attila hat auch Schreiber an seinem Hof, die in Griechisch und Lateinisch die Post an die europäischen Kaiserhöfe verfassen. Das Bild von den primitiven Barbaren stimmt also nicht ganz. Der Hunnische Hofstaat ist straff strukturiert mit festgelegten Ämtern, mehrsprachigen Diplomaten und erfahrenen Kriegern und Jägern. Attila hat immerhin den Großteil seiner Jugend im römischen Imperium verbracht. Dabei hat er während seiner Geiselhaft viel gelernt, neben dem Umgang mit den Herrschern auch, wie ein Reich erfolgreich zu führen ist. Dies beweist er, als es zum ersten Mal zu Problemen mit den Römern kommt. Ein neuer Kaiser, Markian I., gelangt 450 an die Spitze des Oströmischen Reiches und stoppt umgehend die üppigen Tributzahlungen an Attila, der dadurch zu einem Krieg gezwungen werden soll. Man stellt sich in Byzanz auf einen langen Kampf ein. Doch Attila greift nicht an. Stattdessen richtet er sein Interesse nach Westen an den Hof von Ravenna. Und das aus gutem Grund. Im Palast von Ravenna, der Hauptstadt des Weströmischen Reiches, lebt Honoria, die Schwester des Kaisers. Sie erwartet völlig unstandesgemäß ein Kind von einem Diener. Ihr Bruder ist empört und ordnet unverzüglich die Hochzeit mit einem der Senatoren und die Tötung des Dieners an. Doch die junge Frau wehrt sich und besinnt sich auf ihre eigenen politischen Kontakte und Möglichkeiten. Honoria schreibt einen Brief und gibt ihn einem Boten. Der soll ihn zum Hunnenkönig Attila bringen, dem mächtigsten und meist gefürchteten Herrscher jener Zeit. Als Attila den Brief in den Händen hält, traut er seinen Augen nicht. Honoria bietet sich ihm als Frau an, wenn er sie rette. Als Mitgift bringe sie das Weströmische Reich in die Ehe ein. Zur Unterstreichung ihrer Ernsthaftigkeit legt sie dem Brief einen Ring bei. Wie ein Lauffeuer spricht sich die Offerte der Kaiserschwester im Römischen Reich herum. Die Senatoren in Rom sind entsetzt. Ein Barbar als neuer Herrscher Westroms? Niemals! Die Hochzeit wird offiziell verboten. Attila ist darüber sehr wütend und ruft seine Krieger zum Angriff auf. Ziel ist das reiche Gallien. Anfang des Jahres 451 machen sich die Hunnen von Ungarn aus auf den Weg. Sie plündern Städte, machen zahllose Gefangene und verwüsten ganze Landstriche. Am 7. April erreicht Attila die Gegend um Metz und wütet mit Feuer und Schwert. Die christliche Kirche nutzt die Gelegenheit und stellt den Hunnenkönig als Geisel Gottes dar, gesandt um die Menschen für ihre Sünden zu bestrafen. Die Römer reagieren spät und schicken General Aetius gegen Attila in die Schlacht. Der scheint der ideale Mann für diese Aufgabe. Aetius war einst als Austauschgeisel bei den Hunnen. In dieser Zeit lernte er ihre Strategien kennen und knüpfte wichtige Kontakte. Auch mit der Waffentechnik der Hunnen wurde er bestens vertraut. Und als Aetius Jahre später innenpolitisch in Bedrängnis geriet, unterstützten ihn die Hunnen sogar mit Hilfstruppen. Zum Dank belohnt er das Nomadenvolk mit der Provinz in Pannonien, ein Gebiet im heutigen Ungarn. Doch nun sind aus Freunden Feinde geworden. Aetius' Aufgabe ist es, das Weströmische Reich zu verteidigen. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Sowohl Attila als auch Aetius versuchen, ihre Armeen zu verstärken und bitten andere Völker um Hilfe. Dem Römer gelingt es, neben den Burgundern die Westgoten auf seine Seite zu ziehen. Für Attila ein schwerer Schlag. Hatte er doch auf die Hilfe der Goten gehofft. An Attilas Seite stellen sich die Gepiden, Rugias Weben und Sarmaten. Er schwört seine Krieger auf einen harten Kampf ein. Zwar mußten die Hunnen bisher noch nie eine Niederlage einstecken, doch diesmal herrscht Unsicherheit in den eigenen Reihen. Noch kurz vor der Schlacht wechseln einige Krieger die Seiten. Im Spätsommer 451 kommt es zur entscheidenden Schlacht. In der Nähe von Orléans stehen sich die beiden Gegner auf den katalonischen Feldern gegenüber. Beide Truppenverbände sind etwa gleich groß. Die Hunnen greifen an. Doch Aetius hat von den Hunnen viel gelernt und setzt selbst Bogenschützen die traditionellen Waffen seiner Gegner ein. Es beginnt ein furchtbares Gemetzel, Stunde über Stunde. Schließlich gelingt den Westgoten die Umzingelung der Hunnen. Attilas Soldaten sitzen in der Falle. Doch sie geben nicht auf. Es entsteht eine Pattsituation mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Die Schlacht auf den katalonischen Feldern geht als Geisterschlacht in die Geschichte ein. Um nicht noch weitere Verluste hinnehmen zu müssen, lässt Aetius den Hunnenkönig ziehen. Dieser kehrt frustriert um und lässt seine Truppen in der Po-Ebene wüten. Er ist auch weiterhin durchaus imstande, befestigte Städte zu erobern und große Beute zu machen. Durch die Plünderungen fühlen sich Rom und die christliche Kirche bedroht. Als Attila an Mantua vorbeizieht, besucht ihn Papst Leo I. Er weiß, dass Attila bereits Mailand und Bergamo geplündert hat und schlägt ihm vor, Gefangene frei zu kaufen. Doch die Hunnen sind zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr imstande zu kämpfen und an Rom gar nicht interessiert. Attilas Männer werden von Seuchen und Krankheiten heimgesucht. Die Malaria fordert viele Tote. Einziges Ziel ist jetzt noch, die Beute sicher nach Hause zu bringen. Der Rückzug beginnt. Gut ein Jahr nach der Schlacht, im Jahr 453, feiern die Hunnen eine Hochzeit ihres Königs. Nach zahllosen Frauen, wie es in seinem Volk der Brauch ist, heiratet Attila eine junge germanische Prinzessin namens Ildiko. Es ist keine Liebesheirat. Attila will die politischen Beziehungen zu den Germanen festigen. Das könnte sogar gelingen, wenn ... Ja, wenn diese Hochzeitsnacht nicht auch seine letzte Nacht gewesen wäre. Attila stirbt betrunken an einem Blutsturz. Er wird von seinen Kriegern in seidene Tücher gehüllt und in einen Sarg aus Gold und Silber gelegt. Dann wird er begraben. Seine Bestatter werden aus Sicherheitsgründen umgebracht. Nach seinem Tod bricht das Hunnenreich schnell auseinander. Die Söhne Attilas versuchen zwar noch, seine Gefolgsleute auf sich selbst einzuschwören, doch es gelingt ihnen nicht. Die bislang unterdrückten Völker rebellieren gegen die Hunnen und es kommt zum Bürgerkrieg. Viele hunnische Krieger schließen sich anderen Steppenvölkern an und verschwinden in der Bedeutungslosigkeit. Die Hunnen hinterließen ein Machtvakuum. Das Römische Reich war nicht in der Lage, es auszufüllen, denn es stand selbst kurz vor seinem Untergang. Die germanischen Völker übernahmen die Herrschaft in Europa. Attila, der sagenumwobene Hunnenkönig, der Schrecken Europas, die Geißel Gottes, die Gräuelgeschichten über ihn dienten damals vor allem dazu, ein abschreckendes Bild eines Volkes aufzubauen, das als Bedrohung empfunden wurde. In seiner Grausamkeit unterschied Attila sich nicht von vielen anderen Herrschern und Heerführern seiner Zeit. 293 wird Konstantins Vater zum Cäsar ernannt und ist damit einer der wichtigsten vier Männer im Römischen Reich. Um sich in der Kriegskunst zu üben, begleitet der junge Konstantinkaiser Galerius, der zusammen mit Kaiser Diokletian die Viererherrschaft anführt, in einen Kampf an der Donau. 305 gelingt es ihm, seinen Vater in England aufzusuchen, wo er sich auf dessen Feldzug gegen die Pikten und Schotten so tapfer verhält, dass er nach dessen Tod von den Truppen zum Augustus, also zum Hauptkaiser, ausgerufen wird. Doch Konstantin begnügt sich mit dem Cäsarentitel, den ihm Kaiser Galerius verleiht. 307 lässt sich Konst folgen hat. Der Legende nach erscheint ihm schon in Gallien und wiederholt in Rom im Traum das Christusmonogramm Inri, begleitet von den Worten »In hoc signo vinces« »In diesem Zeichen wirst du siegen«. Daraufhin lässt Konstantin das Monogramm auf die Feldzeichen schreiben und siegt tatsächlich. Konstantin beginnt danach mit den ersten Begünstigungen der Christen, zum Beispiel durch Schenkung des Lateranpalastes an den römischen Bischof. 313 trifft Konstantin mit Licinius, dem Kaiser des Ostens, zusammen. Beide verabschieden das Toleranzedikt von Mailand, dass das Christentum, den anderen Religionen, von der Mutter seines Sohnes Crispus scheiden und heiratet Fausta, die Tochter des zurückgetretenen Kaisers Maximian. Als Cäsar regiert er die Provinzen Gallien und Britannien. Im Jahr 310 lässt Konstantin seinen Schwiegervater Maximian, der gegen ihn intrigiert, umbringen und erobert kurz darauf Spanien. Nach dem Tod des Kaisers Galerius muss er sich außerdem mit seinem Schwager Maxentius auseinandersetzen, der enormen Machtbesessenheit an den Tag gibt. Im Kampf um die Oberherrschaft im Römischen Reich erringt Konstantin im Jahr 312 an der Milvischen Brücke in Rom einen Sieg über seinen Schwager. Ein Triumph, der weitreichende, das ist das Ende der grausamen Christenverfolgung. Konstantin, mit vollem Namen Flavius Valerius Konstantinus, wird um 280 als Sohn von Konstantius Chlorus und dessen Ehefrau Helena, der Tochter eines Gastwirts, in Illyrien, dem heutigen Serbien geboren. Über seine Jugend ist nur so viel bekannt, dass er am Hof bei Kaiser Diokletian in Nicomedia, dem heutigen Ismit in der Türkei, erzogen wird. Zu jener Zeit wird das römische Imperium in einer Viererherrschaft, der sogenannten Tetrachie, regiert. Neben zwei Kaisern, die den Ehrentitel Augustus tragen, gibt es zwei Unterregenten, die Cäsar genannt werden. Konstantin der Große, 280 bis 337 n. Chr. Schweißgebadet wacht der Kaiser auf. Es ist die Nacht vor der großen Schlacht. Und schon wieder dieser seltsame Traum. Jagende Wolken und Feuer bedecken den Himmel. Dann taucht aus dem Nichts ein riesiges Kreuz auf, beschrieben mit den Worten, die er in seinen Träumen schon so oft gelesen hat. In hoc signo vincis. In diesem Zeichen wirst du siegen. Das Christus-Monogramm. Der römische Kaiser lässt das Zeichen auf seinen Standarten anbringen und ist siegreich.